Applaus Ignaz, ich hab was. Ganz schön viel, ja? Hm? Bin mir nicht ganz sicher. Probier doch mal. Schwierig, ne? Könnte, muss aber nicht. Also, ich schmeck nicht. Ich hab gestern Knoblauch gegessen, ich schmeck nicht zu. Bei der Nase ist schon total zu. Rappenstupfen. Ich glaub, man muss spritzen. Spritzen? Ist eine super Idee. Weil, da weiß man's dann. �ози Entschuldigung Arsch Knie Entschuldigung Arsch Applaus